Apple ist sehr raffiniert geworden, was das Orten von eurem iPhone angeht. Handyausgleich nicht mehr auffindbar? Selbst das stimmt nicht mehr. Sein eigenes Handy orten, wenn es verloren gegangen ist, das geht ja schon länger. Meine Kolleginnen Miriam und Inga, die haben da schon vor ein paar Jahren mal zwei Videos zu gemacht, eins für iOS und eins für Android, die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn im Wesentlichen ist es dasselbe geblieben. Nur die Technik im Hintergrund, die hat sich bei Apple seitdem extrem verbessert. Und deswegen gibt es heute von mir einen Überblick darüber, wie Apple das anstellt, euer iPhone zu orten und ich zeige euch, welche Möglichkeiten ihr habt zu bestimmen, was möglich sein soll und was nicht. Aber klammern wir für einen kleinen Augenblick nochmal aus, ob das überhaupt gut und notwendig ist, sein iPhone immer und mit allen Mitteln orten zu können. Denn was die Bedienung anbelangt, ist das inzwischen echt super, super einfach. Da gibt es seit zwei Jahren eine eigene App für, die hat den etwas ungelenkten Namen Woist. Die kam damals mit iOS 13 und ist seitdem auf allen iPhones drauf ab iOS 13. In dieser App, da kann man alle seine eigenen Geräte sehen und auch fremde Geräte, vorausgesetzt die Familienfreigabe ist aktiviert. Um ein Gerät in der App sehen zu können, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens muss das Gerät in derselben iCloud angemeldet sein, wie das Gerät, auf dem man gerade die App nutzt. Zweitens müssen die Ortungsdienste aktiviert sein. Das könnt ihr beim iPhone zum Beispiel machen, indem ihr in den Einstellungen auf Datenschutz geht und dann da die Ortungsdienste aktiviert. Und drittens muss in den Einstellungen vom iPhone unter Apple ID und dann auf Woist die Funktion Mein iPhone suchen aktiviert sein. Wenn das alles der Fall ist, dann kann man ein Gerät in der App sehen. Hier bei uns zum Beispiel unser iPhone 8. Zur ersten Möglichkeit Mein iPhone suchen. Wenn ihr die Funktion aktiviert habt, dann wird euer Handy normal geortet, also über GPS und zusätzlich verfeinert über das WLAN, in dem sich euer Gerät befindet. Anschließend schickt das Handy seinen Standort über das Internet raus. Wenn ihr euch genauer für diese Art der Ortung interessiert, wir haben da einen Text bei uns auf der Webseite, den habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Special Feature bei der Funktion Mein iPhone suchen. Die Ortungsdienste müssen in den Einstellungen nicht aktiviert sein, damit ihr euer iPhone wiederfinden könnt, wenn ihr es verloren habt. Das geht so. Erste Möglichkeit, ihr nutzt irgendein anderes Apple Gerät. Das muss nicht euer eigenes sein, denn in der Woist-App, da gibt es unter Ich die Funktion Freundinnen helfen. Und wenn ihr da drauf tippt, dann könnt ihr euch auf dem fremden Gerät mit eurer eigenen Apple-ID und dem dazugehörigen Passwort anmelden und euer Gerät wiederfinden. Oder zweite Möglichkeit, ihr sucht euer Handy einfach über den Browser. Dafür müsst ihr icloud.com slash find eingeben und euch wieder mit eurer Apple-ID und dem dazugehörigen Passwort anmelden. Denn die beiden Sachen, Apple-ID und Passwort, die solltet ihr also auf jeden Fall kennen. Technisch passiert im Hintergrund in beiden Fällen dasselbe. Apple greift aus der Ferne auf euer iPhone zu und schaltet die Ortungsdienste an, um das Gerät zu finden. Die Ortungsdienste werden allerdings tatsächlich in diesem Moment nur für diesen einen Zweck angeschaltet. Also irgendwelche Apps, die sich auf einem Gerät befinden, die können die Ortungsdienste in diesem Moment nicht nutzen. Das ist ja schon alles ziemlich ausgefuchst. Aber Apple hat sich noch mehr ausgedacht. Denn was ist, wenn euer Gerät keine Internetverbindung hat? Wenn ihr nur die Funktion Mein iPhone suchen aktiviert habt, dann braucht das Handy ja immer Internet, damit es den Standort übertragen kann. Ganz anders sieht das aus, wenn ihr zusätzlich die Funktion da drunter aktiviert habt. Also das Wo-Ist-Netzwerk. Mit iOS 13 kam nicht nur die Wo-Ist-App, sondern auch eine neue Technik der Ortung. Seitdem kann Apple euer iPhone auch dann orten, wenn es offline ist. Dazu nutzt Apple das Bluetooth-Signal von den Handys. Das heißt, wenn ihr das Wo-Ist-Netzwerk aktiviert habt, dann muss nur noch euer Bluetooth-Signal an sein, damit man euer Telefon orten kann. Technisch funktioniert das so. Andere Apple-Geräte in der Nähe nehmen das Bluetooth-Signal von eurem Handy auf und übertragen dann den Standort von eurem Gerät über ihr eigenes Internet an Apple. Das heißt, das funktioniert nicht, wenn euer Handy gerade irgendwo in einer Einöde auf dem Acker liegt. Es sei denn, ein Wandersmann mit einem iPhone in der Tasche kommt vorbei. Apple verspricht, dass das alles komplett anonym abläuft. Also die Signale sollen so verschlüsselt sein, dass nur ihr euren Standort kriegt und wirklich sonst niemand. So, und jetzt kommt der Hammer. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Technisch äußerst faszinierend, aus Privatsphäre-Sicht eher gruselig. Ab iOS 15 kann Apple Handys auch dann orten, wenn sie ausgeschaltet sind. Das funktioniert bei allen iPhones ab dem iPhone 11. Bisher galt, Handy aus, alle Signale aus. Das stimmt jetzt so nicht mehr. Immerhin informiert Apple beim Ausschalten des Geräts darüber. Und die Ortungsdienste, die müssen momentan vorher angewiesen sein, damit man das Handy auch im ausgeschalteten Zustand orten kann. Wenn ihr also das Woist-Netzwerk nutzt und trotzdem nicht wollt, dass euer Handy auch im ausgeschalteten Zustand gefunden werden kann, vorher die Ortungsdienste abschalten. Ich finde es wichtig, dass möglichst viele Leute wissen, wie das geht. Denn vielleicht schaltet man sein Handy ja nicht umsonst aus. Vielleicht will man nicht erreichbar sein. Vielleicht will man nicht gefunden werden können. Denn hier geht es ja nicht nur darum, dass man sein eigenes Gerät wiederfindet, wenn es gestohlen wurde oder wenn man es verloren hat. Über Apples Familienfreigabe können auch andere Familienmitglieder den Standort abrufen. Und es braucht nichtmals die Familienfreigabe. Wenn ihr mit anderen zusammen eine iCloud nutzt, dann können andere in der iCloud den Standort von eurem Gerät auch abrufen. Also, wenn ihr das nicht wollt, einfach vor dem Ausschalten Ortungsdienste abschalten. Das reicht momentan. Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich an dieser Stelle denkt, wie zum Geier macht Apple das? Wie schaffen die das, ein iPhone auch dann zu orten, wenn es ausgeschaltet ist? Die Erklärung ist erstaunlich simpel. Denn seit zwei Jahren kann Apple ja iPhones nur über das Bluetooth-Signal orten. Vorausgesetzt, andere Apple-Geräte sind in der Nähe. Und diese Technik, die ist jetzt auch der Trick bei der Ortung im ausgeschalteten Zustand. Denn dafür braucht man jetzt vereinfacht gesagt nur noch einen kleinen Sender, der unabhängig vom Akku des iPhones mit etwas Strom versorgt wird und einfach weiter ein Bluetooth-Signal in die Umgebung sendet, auch wenn das Handy aus ist. Fertig ist die Ortung im ausgeschalteten Zustand. Und genau so ein kleiner Sender, der steckt in jedem neueren iPhone. Zum letzten Punkt. Letzten Standort senden. Wenn ihr das aktiviert habt, dann wird der letzte Standort aufbewahrt, der ermittelt werden konnte, bevor alle Signale abgerissen sind. Dann wisst ihr also zumindest, wo euer iPhone war, als es noch geortet werden konnte. Das iPhone schickt zum Beispiel seinen Standort raus, bevor der Akku leer geht. Ich finde, das ist sinnvoll. Kann man ruhig aktivieren. Nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ihr die Funktion Mein iPhone suchen aktiviert habt, dann wird der Standort eures iPhones über die normalen Ortungsdienste ermittelt. Ihr braucht eine Internetverbindung, damit euer Standort übertragen werden kann. Wenn ihr zusätzlich das Woist-Netzwerk aktiviert habt, dann wird euer Standort über das Bluetooth-Signal ermittelt von eurem iPhone. Das heißt, ihr braucht keine Internetverbindung und euer Handy kann sogar aus sein. Allerdings, es müssen andere Apple-Geräte in der Umgebung sein. Die Funktion Letzten Standort senden, die gibt euch die Möglichkeit, dass ihr auf den letzten Standort zugreifen könnt, der gesendet werden konnte, bevor euer iPhone keinen Standort mehr senden konnte. So, das waren die drei Einstellmöglichkeiten, die ihr momentan in Sachen Ortung des iPhones habt. Besonders wichtig ist meines Erachtens der große Unterschied, den es macht, ob ihr das Woist-Netzwerk aktiviert habt oder nicht. Apple geht übrigens mit diesen Standorten, die ihr euch selber sendet, äußerst diskret um nach eigenen Angaben. Im Fall Handy verloren löscht Apple die Daten nach 24 Stunden von seinen Servern. Die Abfragen werden allgemein nur gestartet, wenn ihr sie selber startet. Und wenn ihr das Woist-Netzwerk benutzt, da sagt Apple, dass sie gar nicht erst erfahren, wo sich euer Handy befindet. Noch ein Tipp. Wir empfehlen, die Funktionen Mein iPhone suchen immer angeschaltet zu lassen, denn die ist auch gleichzeitig eine Reaktivierungssperre. Also normalerweise kann man ein iPhone über die Außentasten zurücksetzen und neu einrichten. Wenn ihr aber die Funktion Mein iPhone suchen aktiviert habt, dann geht das nicht so einfach. Dann braucht man nämlich dafür erstmal die Apple-ID und das Passwort, die als letztes auf dem iPhone eingerichtet waren. Ein Dieb kann also mit eurem iPhone in diesem Fall nichts anfangen. Wir haben das schon mal in einem Video durchgespielt, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer, da auch wir der Macht der Algorithmen hier ausgesetzt sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nehmt ein Abo mit, lasst das Glöckchen klingeln und schreibt einen Kommentar. Das ist alles gut für den Kanal. Und manche von euch fragen, ob man auch spenden kann, kann man. Alles dazu in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020